Hallo Leute, seit einiger Zeit sind in Apple Music die von Apple angekündigten Neuerungen Lossless Audio und Dolby Atmos mit 3D Audio verfügbar. In diesem Video zeige ich euch, wie man es genau nutzen kann, wie es funktioniert und was man sonst noch so alles darüber wissen muss. Mitte Mai hatte Apple diese Neuerungen für Apple Music angekündigt und seit der WWDC 2021 sind sie in Apple Music auch verfügbar. Die Rede ist vom ganz normalen Apple Music Abo, für Studenten, Einzelpersonen oder für bis zu 6 Personen beim Familien Abo. Da hat sich an sich nichts verändert, auch an den Preisen hat sich nichts verändert. Lossless und Hi-Res Lossless Audio sowie Dolby Atmos wurden hier in gewisser Weise kostenlos hinzugefügt. Voraussetzung, um diese Neuerungen in Apple Music auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV nutzen zu können, sind diese Versionen von iOS, iPadOS, macOS und tvOS, die ihr eben mindestens auf euren Geräten haben müsst. Und damit sich hier auch jeder auskennt, Lossless und Dolby Atmos sind zwei voneinander unabhängige Neuerungen, die man voneinander getrennt betrachten muss. Und genau das mache ich jetzt hier auch und möchte mal mit Dolby Atmos anfangen. Habe ich also jetzt ein Lied mit Dolby Atmos Unterstützung vor mir, heißt es, dass ich es in einem Surround Sound Format habe. Und das kann ich dann überall da nutzen, wo es Dolby Atmos bzw. Surround Sound Unterstützung gibt, wo ich das eben wirklich ausnutzen kann. Die Dolby Atmos Unterstützung führt dann dazu, dass ich dann auch Apples 3D Audio nutzen kann mit AirPods Pro oder AirPods Max. Das heißt, auch das muss man etwas getrennt betrachten. Dolby Atmos ist die eine Sache. Das führt dann aber dazu, dass man Apples 3D Audio mit AirPods Pro und AirPods Max eben nutzen kann. So oder so haben wir aber mit Dolby Atmos ein räumlicheres Klangerlebnis, wo es dann so ist, als ob wir mitten im Geschehen wären. Dolby Atmos wird von den hier angegebenen AirPods und Beats Modellen unterstützt, zusammen mit der automatischen Dolby Atmos Wiedergabe, das werde ich dann gleich noch erklären. Aber ich kann es natürlich auch mit anderen Kopfhörern oder Lautsprechern ausnutzen, die Dolby Atmos Wiedergabe unterstützen. Laut Apple unterstützen es auch die iPhone Lautsprecher, wobei dann natürlich für mich fraglich ist, wie sehr man da einen Unterschied hören würde, und auch die Lautsprecher der hier angegebenen iPads und Mac Modelle. Auch Apple TV 4K unterstützt es, dazu komme ich dann aber noch genauer. Wo findet man das jetzt in den Einstellungen? Auf dem iPhone und iPad geht ihr in den Einstellungen weiter unten zu Musik und habt jetzt hier Dolby Atmos und könnt ihr wählen zwischen Aus, Automatisch und Immer Eingeschaltet. Aus bedeutet logischerweise, dass man Dolby Atmos Wiedergabe komplett ausschaltet. Automatisch bedeutet, dass die Wiedergabe in Dolby Atmos automatisch nur dann erfolgt, wenn ihr das über die vorhin genannten Apple Geräte, AirPods oder Beats Modelle hört. Bei Immer Eingeschaltet bekomme ich dann auch noch den Hinweis, dass ich darauf achten sollte, dass das Gerät, über das ich das dann hören möchte, auch wirklich Dolby Atmos Wiedergabe unterstützt. Das würde ich dann aber im Allgemeinen auswählen, wenn ich es über irgendeinen anderen Lautsprecher oder andere Kopfhörer hören möchte, die eben Dolby Atmos unterstützen. Auf dem Mac geht ihr in der Musik-App hier oben in die Einstellungen und habt hier unter Wiedergabe auch unten den Punkt Dolby Atmos und könnt hier genauso zwischen Automatisch immer eingeschaltet und auswählen. Auf Apple TV geht ihr in die Einstellungen, weiter unten zu Apps und wählt hier Musik aus und habt dann auch hier Dolby Atmos. Könnt es aber hier nur ausschalten oder auf Automatisch stellen. Wie lässt sich Dolby Atmos hier nutzen? Einerseits über die vorhin genannten AirPods und Beats Modelle, andererseits über den HomePod, den ihr hier in den Einstellungen unter Video und Audio und der Audio Ausgabe als standardmäßige Audio Ausgabe festgelegt habt. Und laut Apple wird hier auch eine Dolby Atmos kompatible Soundbar, ein Dolby Atmos fähiger AV Receiver oder ein Dolby Atmos fähiger Fernseher unterstützt über die eingebauten Fernseher-Lautsprecher. Ob ein Lied Dolby Atmos oder übrigens auch Lossless oder Hi-Res Lossless unterstützt, sehe ich dann im Album hier unten anhand dieser zwei Zeichen für Dolby Atmos oder Lossless. Aktuell gibt es aber auch hier unter Entdecken einen Bereich für 3D-Audio, wo mir alle möglichen Alben, Interpreten bzw. Kategorien zusammengefasst werden, die aktuell 3D-Audio unterstützen. Ein Lied in Dolby Atmos bzw. auch Lossless oder Hi-Res Lossless kann natürlich gestreamt werden, aber beachtet dabei den höheren Datenverbrauch, dazu komme ich dann noch genauer. Es ist auch möglich, ein bestimmtes Lied über diesen Button hier oder ein komplettes Album über diesen Button hier lokal auf euer Gerät zu laden, in Dolby Atmos und dann eben Lossless oder Hi-Res Lossless. Beachtet aber da wiederum auch den höheren Speicherplatzverbrauch, auch dazu komme ich dann gleich. Und hatte ich bereits zuvor ein Lied oder ein Album lokal auf meinem Gerät gespeichert, muss ich hier den Download des Liedes oder hier den Download des gesamten Albums mal lokal von meinem Gerät entfernen und erneut herunterladen, wenn ich die neue aktualisierte Dolby Atmos bzw. Lossless Version haben möchte. Und wie sieht es beim HomePod aus? Der HomePod unterstützt laut Apple interessanterweise nicht eigenständig Dolby Atmos Wiedergabe, sondern nur in Kombination mit einem Apple TV 4K. Bei der Wiedergabe selber wird mir dann auch hier Dolby Atmos angezeigt, wenn eben die Wiedergabe in Dolby Atmos stattfindet. Und ob ich gerade 3D-Audio ausnutze, sehe ich über das Control Center, indem ich hier diesen Bereich öffne und dann hier eben sehe, 3D-Audio ist aktiv. Und über diesen Button kann ich auch 3D-Audio jederzeit ausschalten, wenn ich möchte. Und bezüglich 3D-Audio möchte ich jetzt auch mal kurz meine bisherige Erfahrung, meinen Eindruck mit euch teilen. Ich habe das inzwischen schon mit den verschiedensten Liedern ausprobiert und bin ganz klar der Meinung, dass es Lieder gibt, wo das wirklich gut klingt, wo es eine Steigerung ist und ein cooles Erlebnis. Aber es gibt auch Lieder, wo ich der Meinung bin, dass da von der Qualität was verloren geht. Wo dann vor allem auch vom Bass einiges verloren geht. Das heißt, es kommt ganz darauf an, was man hört. Bei manchen Liedern passt es sehr gut, bei manchen passt es meiner Meinung nach weniger. Ich denke, das muss man hier einfach mal ausprobieren. Schaltet hier 3D-Audio mal ein und dann aus und hört euch direkt den Unterschied während der Wiedergabe an. Und entscheidet dann für euch selber, bei welchem Lied es euch gefällt und bei welchem ihr es lieber ohne 3D-Audio anhören wollt. Dann kommen wir jetzt mal zu Lossless. Bei Lossless liegt uns die Musik verlustfrei vor. Mit bis zu 24 Bit bei bis zu 48 Kilohertz. Per Definition also CD-Qualität. Hi-Res Lossless ist nochmal eine deutliche Steigerung mit bis zu 24 Bit bei bis zu 192 Kilohertz. Einschränkungen auf den Geräten selber gibt es dann nicht direkt. Ich benötige eben nur mindestens die am Anfang des Videos genannten Software-Versionen auf den Geräten, damit das in Apple Music grundsätzlich mal unterstützt wird. Einschränkungen gibt es dann eher dabei, wie man es wirklich nutzen kann. Dazu komme ich dann gleich. Ich hatte ja erwähnt, man kann in Lossless und Hi-Res Lossless sowohl streamen, als auch die Musik lokal in dieser Form auf das Gerät speichern. Und zu beachten ist eben dabei der Datenverbrauch beim Streamen bzw. der Speicherplatzverbrauch, wenn ich es lokal auf das Gerät speichere. Und das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Auch da geht ihr in den Einstellungen zu Musik, wo wir vorhin schon waren und habt hier unter Audioqualität Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt mal grundsätzlich Lossless Audio komplett aus- oder einschalten und könnt dann hier Einstellungen für mobile Streaming, WLAN-Streaming und Downloads festlegen. Und da könnt ihr dann eben jeweils festlegen, wollt ihr Musik ganz klassisch in hoher Qualität hören oder in Lossless bzw. Hi-Res Lossless. Und hier weiter unten sehen wir auch als Beispiel für einen 3-minütigen Titel angegeben, wie viel Megabyte beim Streamen oder lokal ein Lied in welcher Qualität verbrauchen würde. Im Bereich Downloads steht das anders angegeben, da sehe ich dann, wie viele Titel in 10 Gigabyte in welcher Qualität reinpassen würden. Man kann sich das aber hier auch für seine eigenen Musik-Downloads genauer ansehen. Ich sehe dann zum Beispiel dieses Lied, das ich in Dolby Atmos bzw. Lossless geladen habe mit 30 Megabyte oder ein anderes Lied mit 40 Megabyte und Hi-Res Lossless dieses Lied mit 256 Megabyte oder dieses Lied in Hi-Res Lossless mit 100 Megabyte. Also wir sehen, das kann auch variieren. Wie kann man das jetzt aber wirklich ausnutzen? Bluetooth ist mal ganz klar nicht die Art der Verbindung, mit der ich von Lossless profitieren würde bzw. einen Unterschied hören würde. Zumindest nicht aktuell in der Form, wie wir es momentan haben. Das gilt jetzt allgemein, nicht nur für Apple oder Apple Music. Aber es gilt erst recht für den Bluetooth AAC-Kodec, wie wir ihn momentan bei den AirPods haben. Ja, auch bei den AirPods Max. Da wird man sich dann aber vielleicht denken, die AirPods Max kann ich ja zum Glück auch kabelgebunden nutzen, über dieses Lightning-Audio-Kabel. Doch leider muss ich euch da enttäuschen. Denn durch die Analog-Digital-Umwandlung, die in diesem Kabel stattfindet, können wir auch auf diese Art Musik nicht komplett verlustfrei hören. Und das ist gerade bei den AirPods Max bei dem hohen Preis besonders ärgerlich. Mit anderen Worten, normalerweise sollte es bei einem Kopfhörer um diesen Preis so eine Einschränkung nicht geben. Kabelgebundene Nutzung ist jedenfalls die Art der Nutzung, mit der man von Lossless profitieren würde. Wie man es genau genommen nutzen sollte. Damit ist eine kabelgebundene Verbindung zu Kopfhörern, Receivern oder Lautsprechern gemeint. Das gilt jetzt mal für Lossless. Für Hi-Res Lossless gibt es noch weitere Voraussetzungen. Will ich Hi-Res Lossless wirklich ausnutzen, benötige ich dafür einen externen Digital-Analog-Wandler. Also kurz gesagt, entsprechendes Equipment, mit dem ich diese Qualität sozusagen rausholen kann. Und dann sowieso auch kabelgebunden Lautsprecher oder Kopfhörer, über die ich das hören kann. Der HomePod unterstützt momentan noch keine Lossless-Wiedergabe. Aber laut eigenen Angaben arbeitet Apple da bereits an einem Software-Update, durch das dann Unterstützung für Lossless-Audio-Wiedergabe auf dem HomePod hinzugefügt werden soll. Und wie sieht es eigentlich mit diesem Adapter aus, den es ja mit einer Lightning- und einer USB-C-Version gibt? Laut Apple unterstützt dieser Adapter auch die Wiedergabe von Lossless-Audio. Denn dieser Adapter enthält einen Digital-Analog-Wandler, der verlustfreie Wiedergabe mit bis zu 24 Bit bei bis zu 48 kHz unterstützt. Auf dem Mac könnt ihr in den Einstellungen der Musik-App dieselben Einstellungen vornehmen, wie ihr sie vorhin auf dem iPhone gesehen habt. Und bei Apple TV 4K gehen wir dorthin zurück, wo ich vorhin für Dolby Atmos war, denn hier gibt es auch neu den Punkt Audioqualität. Hi-Res Lossless wird bei Apple TV nicht unterstützt, sondern maximal nur Lossless. Und um Lossless-Wiedergabe auf Apple TV 4K zu ermöglichen, muss sich das Apple TV auch über ein HDMI-Kabel an einem AV-Receiver anschließen bzw. nutzen. Und Apple gibt auch an, dass über CarPlay Lossless-Wiedergabe unterstützt wird, sofern das iPhone mit dem Auto über USB verbunden ist. Ja und letztendlich ist auch eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu diesen Neuerungen, sofern ihr sie auch bis jetzt tatsächlich ausgenutzt habt? Merkt ihr einen Unterschied? Und wenn ja, wie sieht der Unterschied für euch aus und wie gefällt es euch? Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.